Sorry Leute, ich werde mit YouTube aufhören, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde auch mit dir in Kontakt abbrechen, das ist das einzigste Video, was hier auch immer bleiben wird. Und ich werde mit dir in Kontakt abbrechen mit Verdi, mit Markus, mit meiner Freundin, einfach mit allem. Ich habe einfach keine Lust mehr.